Ich betone noch mal, dass es kein Spieler mehr verdient hat wie Robert. Das steht außer Frage, wenn einer in dieser Konstanz und dieser Art und Weise auch mit der Haltung, die er hat. Auch das will ich noch mal betonen. Es geht ja nicht nur um die Tore, sondern auch die Haltung, die er zu dem Beruf hat, die Haltung, die er zum Spielen hat. Es gibt sehr wenige Momente, wo er mal 90 Routen rumsteht oder wo er nichts macht oder wo er dann auch mal, wenn er kein Tor macht, einfach und zeigt, er leckt mich alle im Arsch, macht euer Ding alleine. Sondern er hat eine außergewöhnung, neben seiner Gier auf Tore, hat er einfach eine unfassbar altere Haltung auch zu diesem Sport. Gibt es kein Spieler auf der Welt, der das mehr verdient hat, das Ding zu gewinnen. DJ ReBich DJ ReBich DJ ReBich DJ ReBich Vielen Dank.